Gestatten Geiss und Geiss Bock. Acht Spiele, fünf Assists für den FC. Ein Besuch beim Maskottchen längst überfällig. Ich denke, es ist ein wichtiges Symbol auch für Köln, für die ganze Stadt, für den Verein. Und dass es mit meinem Namen natürlich in Verbindung gebracht wird, liegt ja auch dran. Und abgesehen vom Namen passt es beim FC doch auch. Oder? Ich bin froh hier zu sein, bin stolz auch mit Köln im Moment auf dem Tabellenplatz einzustehen, in richtigen Schritte zu machen und klar liegt für uns noch ein weiter Weg oder noch sieben Spiele. Und von daher aber bin ich absolut froh und bin auch froh der Mannschaft helfen zu können.